hallo und herzlich willkommen hier zu eurotrack simulator 2 ja ich möchte euch herzlich begrüßen hier in ancona wir haben ein bisschen wir haben es ein bisschen drehen müssen ich begrüße aber erstmal ganz ganz lieb hier mein freund den horst die hallo aus die ja wie gesagt wir mussten es erst ein bild drehen also wir wollen ja eigentlich noch am meer aber ja robert kann heute nicht robert hat seine vorprüfung heute bestanden und ja deswegen mache ich heute mal hier alleine weiter aber alleine bin ich ja nicht der host ist ja da wo steckst du überhaupt oder ich bin ja er sieht ich habe einen neuen style hier vom feinsten sage ich dir v8 18 gang ich habe 600 ps weil sonst hat mich das spiel laufen draus ich kann ja nicht auf 730 erhöhen aber 600 ps ist auch nicht schlecht ja meine kleine hütte hier alles nobel 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 wir fahren heute bis nach griechenland weil sie aber schaffen dann gucken wir mal was die fähre kostet hier links fest so 1420 euro 15 stunden brauchen wir mit der fähre nach griechenland so angekommen hier griechenland herzlich willkommen hier war man schon mal nähe aber noch nicht guck mal ein ja rotes pufflicht haben wir natürlich auch wieder hier hinten die englische fahne so wie ich das gehört werden wir mal den motor anmachen und genießt werden wir mal losfahren hier rum besser wie sechs du slipper so ich habe ja noch gar nicht über meine ladung gesagt mensch das müssen wir noch mal ganz schnell machen ja ich habe eine andere ladung bekommen mein disponent hat ein bisschen um recherchiert also die ladung hat jetzt ein anderer mitgenommen ich habe was anderes gekriegt aber auch nach griechenland gucken wir mal raus schnell ja das ist ein strom generator der hat 68 tonnen zirka und geht eine ganz andere stadt wie der robot muss und darum passt das ganz wir trennen sich unsere wege aber wir werden uns dann natürlich in deutschland irgendwo wieder sehen ja dann werden wir mal da hin fahren ich hoffe bloß dass die 600 ds ausreichen wechseln drinnen ja ich krieg den 730 nicht rein da fliege ich laufen von außen spiel achte schön also deswegen hoffe ich habe ein 18 ganggetriebe drinnen von adi und 600 ps ich hoffe das reicht also bis jetzt sieht er gut dann muss man sagen wir sind genial ja das meiner ja ja also bin auch sehr sehr zufrieden also die in der werkstatt die aus dem body geht haben ganz schön was geleistet aber du hast hinten nur vier achsen ich habe das ne ne ich habe nur ganz normal vier mal zwei ach ne ich habe kein vier mal zwei ich habe eine ganz normalen heute ich habe kein schwerlasten nichts also insgesamt sechs achsen äh drei achsen nur nicht weder sondern achsen ne ne zwei achsen B achsen ist aber nur aber bis jetzt sieht er es wunderbar hier ist gerade mal ausgefallen bei meinen vier achsen mit vorne wo ich gerade hängen geblieben bin dass nur hinten in der mitte die achse gas geben tut ja 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 das ist das normal der v8 der v8 der schnurrt ey oh wer ist jetzt gekommen Basti Basti hallo mein kleiner Sieser AI alles klar jo wirst geh wööö hoffentlich komm ich jetzt den berg hoch Ah, ganz schön zu kämpfen, da müssen wir noch mal in die Werkstatt. Und Basti, was gibt's Neues? Nichts. Was macht dein PC? Der steht in der Ecke und freut sich. Okay, also wir bringen ihn jetzt am Wochenende weg, oder was? Bis wahrscheinlich hier. Weißt du, ich hab mir halt wieder dein Board angeguckt. Okay. Kamst du wieder an den Boardplatz und schreis, oder? Nein, ich bin doch super rausgekommen. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn ich noch schneller rausgekommen wäre, hätte ich ein Ticket bekommen. Wärst du doch über die Wiese gefahren? Ja, dachte ich mir vorher ja auch. Wuh. Na ja. Na ja. Nützt halt nicht. Basti, ich bin in Griechenland. Stimmt. Also könntest du ja theoretisch am Sonntag schon wieder fahren, oder wie? Theoretisch. Praktisch. Praktisch ist doch die andere Frage, oder? Genau. Also Robert kommt heute nicht, Basti. Robert hat bestanden. Okay. Wahrscheinlich muss er einen trinken, ich will's ja nicht. Deine Autofahrt. Hahaha. Hallo. So, Mensch. Können wir mal hier reinfahren? Einen Dank an den Kollegen hier. So, mein nächste Tor geht dann wieder Richtung Deutschland-Türker. Oder mal gucken, vielleicht immer an deine Ecke da rum. Welche Ecke? Äh, worauf es hier ist. Ach so. Was ist denn das? Tunesien, oder? Äh, ja, fast draußen bin ich. Also jetzt gerade bei Algerien. Okay. Da ist vor der Ecke. Ja. Da ist eigentlich kein Dosen. So, was mit der Fähre dann nachwandern. Ja. Und Basti, was gibt's Neues? Du... Ich hab den Fortschritt gesagt nichts. Das gleiche, was vor 5 Minuten war. Das heißt, du hättest auf Arbeit gemacht. Ich habe von gestern auf heute 4 Paletten ausgenommen und habe ca. 2200 Riegel entpackt. Okay. Also nichts besonderes. Nö. Und habe heute ungefähr mit meinen Kollegen 7776 Riegel eingepackt. Ach du Gott. Ja. Das ist nur eine Palette. Ja, nur was gut, ne? Morgen kommt noch mal so eine Palette. Ja. 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 Was ist jetzt überhaupt noch, Ports? Von Eurotrox Simulator? Ja. Nein. Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Ja, gut. Ich denke ja mal, dass Samstag noch alles hinterholt wurde. Ja. Fährst du da zu Sabrina oder wie? Ja, und Harry wird mir das Ding dann fertig machen. Ja. Er kann das ja. So ist es ja nicht. Ja, ich hab jetzt wieder in der AF spielen. Ja. Ja. So, ich bin... Kann man ganz klar platt machen. Mal aufspielen. Hm. Ah, na gut. Das ist ja kein Problem, wenn man hoffentlich ins Betriebssystem hat mit Kay und so. Jo. Und dann will meine Spiele nochmal extra sichern, damit ich nichts neu machen muss. Aha. Das ist aber fast gut. Ja, finde ich auch. So, schafft er es jetzt einen Berg, oder? Oh, einfach das Gaspedal draus fehlen. Ja, langsam auf, wo es geht. Besser langter als die. Richtig. Immerhin 68 Tonnen. Na gut, das ist noch nicht so viel wie... ...155 oder so. Hast du schon mal den Mauspanzer gefahren? Ja, für den Stern. Ist doch gar nichts. Der hat 188 Tonnen. Aha. Basti, du hast den doch glücklich immer gefahren, oder? Nö, ich habe aber was anderes schweres gefahren. Okay. Ich glaube, das wüsste, was ich jetzt gefahren war, hier 155 Tonnen. Das war hier... Was für ein Windgrad, so ein Teil. Ach, so ein langes, ne? Ja? Ja? Wie fahren die sich? Uff, scheiße, Mama. Ja, die sind scheiße lang, ne? Ja, aber man gewöhnt sich dran, ne? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ist so ein bisschen schwierig, auf die Autobahn zu kommen, mit so einem langen Teil. Was sagst du denn eigentlich zu meinem neuen LKW? Puff Rot. Puff Rot, ne? Ich habe jetzt Boxen drin, damit könnte ich wahrscheinlich ganz England weg sounden. Da kann ich nur noch Horstie sein Radio hören, in doppelter Lautstärke. Das hörst du dann von einem auch aus, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist der Vorteil bei mir, ich höre keine Radios. So, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Wir wollen uns gleich an den Hof. Wah, das ist vorbei. Ossi, du bist da ganz schön leise, kann das sein? Was bin ich? Leise. Nö. Oh, mein Gott. Ja, gut, dann muss ich mal die Boxen lauter drehen. Woll. Oh, und der schnurrt wie so eine alte... ...Markt-Vibe, ey. Voll, wie ist da aber trotzdem nicht her? Da bin ich jetzt. Erst auf der Hauptteilte in Wies... Ahhhh. Muss mal kurz den Sound bitte runter drehen, dann verstehe ich euch vielleicht ein bisschen. Bitte den Echo anschalten, ne? Ne, ich habe bloß ein Spiel gemeint. Es war jetzt nicht so laut für die Zuschauer, aber ihr habt ja jetzt lange genug, 15 Minuten, den V8 gehört. Und jetzt verstehen wir auch wieder alles wunderbar. Boah. Ich muss ja gerade so eine Bergstraße hoch, ey. Das ist doch Wahnsinn. Woll, der Spießkram mit Palmen, links und rechts damit. Ah, das ist geil, ne? Ja. Hammer. Boah. Alter, und der gräbt sich ja hoch, ey. Mit 2 kmh. Aber der gräbt sich hoch. Ja. Ich glaube, ich fahre noch mal die Hand an. Der klingt wie so ein alter Doppeldecker. Die Post hier. Mhm. Oh, 15 Cent aber. Okay. Tankgrad für 15 Cent. Na seid doch froh. Nimm gleich Kanister, nimm gleich Kanister mit. Hätte so ein Tank-Dings mit. An den Gehäuten dran, ist das? Ja, ja. So 520 Liter. Achten zum Schäuber. Super, mein Laptop will Neustart machen. Oh. Ja. Der traut sich, er weiß. Jetzt habe ich ihn jetzt eingestellt, dass er sich jetzt nach 4 Stunden melden soll. Oh, schlecht, wenn er umgeht. Also das sind ja mindestens 40% Steigung, ey. Der Horizont hier bei mir jetzt nur noch siehst du den Boden, Brand und ein paar Elgames. Und die Straße halt. Ja, bei mir wird es dunkel, aber... Ach ne, könnte ich schon wieder hell werden, ich weiß es nicht. Sieht so komisch aus. Ey, ich war kurz in den Teilen, dann warst du mich schon zu beherriss, wie hell das da war? Gut, alles war es in 5. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hab gedacht, der haut was mit der Boden sind. Äh... Dein... Zeitverschiebung, ey. Äh... Der Halter weiß nicht hingehen. Ich darf sagen, weil der mal geht. Oh, der kommt hier hoch, ey. Das denkst du gar nicht. Pkw wollen, dann kann ich schon wollen, oder? Horst, jetzt kann ich dir nur mal empfehlen, unten in Griechenland mal den Berg herzufahren. Schön. Ey, ich bin doch nicht genug Berge gefahren, hör. Mit dem Scheiß. Ich glaube, Adi hat gestern Klüppe was gesagt, dass das hier der größte Berg ist in der TSM-Map. Also der schreitste, sag ich mal. Gut, dann schlapp dir mal 188 Tonnen, fahr da rauf. Äh, das Klüppe, das schaffst du nicht. Na gut, 68 schaffst du jetzt ungefähr hinten drauf. Ja, ne, das Klüppchen, dass ich da nicht habe. Bei mir ist das Problem, ähm, ich kann keine 730 PS einbauen, sondern haut mir das Spiel ab. Loll. Also kann ich jetzt nur bis 600 einbauen. Aber bis jetzt hat's super gereicht. Die kommen gut mit meiner 730 PS aus. Ja, ne, du verstehst mich grad nicht. Ich kann die, kann die nicht einbauen, dann stürzt bei mir das Spiel ab. Das belegt bestimmt auf den Boden, nehme ich mal. Ja, ja. Wer ist das denn jetzt schon wieder bei YouTube? Äh, ich hab doch, ich hab geschrieben. Nö, außer du hast einen nahe neuen Namen. Na, dann hast du einen neuen Zuschauer. Hm, einer hat mich in seinen Kreisen hinzugefügt. Ui, ist doch schön. LKW Power XXL. Naja. Ist doch, ist doch gut. Musst du dich gleich bedanken gehen. So, jetzt schnurrt er hier mit fast 60, fahr ich am Berg hoch. Jetzt lief's. Kommt aber okay, ein Parkplatz mal, ne. Warte mal, ich guck mal auf die Karte. Guck mal. Weil ich überlege, wie viel Tonnen du rumfährst. Ich fahr Mülle mit 25 Tonnen rum. Ja, ne, ich hab... Ich hab's auch nicht gedacht, dass ich hier gerade 68 Tonnen rumziehe. Arne? Gut, hier kommt gleich in die nächstmögliche Stadt. Dann werden wir mal, äh... Äh, da heute Pause machen. Weil wir kriegen ja heute hier keinen Parkplatz und... Ja, fahren dann in den nächsten Part dann weiter Richtung... Wo müssen wir denn hin? Castoria. Castoria müssen wir hin, zu Daxer. Castoria. Ja, dann werden wir jetzt noch ein bisschen zu der Stadt fahren und dann werden wir heute Pause machen. Und dann werden wir jetzt einfach mal hier rein. Ich bin mir jetzt nicht sicher gewesen. Wir fahren jetzt einfach mal hier rein. oder gucken wir mal noch mal schnell auf die Karte war genau richtig ja ich bin ja mal gespannt was meine nächste Tor ist der fährt ja nun mal hier vorne oder was ist denn hier los hat mich wieder so ein scheiß Möbeltransporter gerammt ja mein Gott hier mein Gott hier jetzt fährt er das ist noch so selten gämlich ey jetzt ist wie ein Tegar, wir sind da wieder bekommen und hier drüben ist Stau, Gott sei dank, dass ich hier nicht hier runter muss so, da werden wir uns mal ein schönes Parkplatz suchen, mal gucken wo hier was ist ich denke mal ich werde irgendein zentraler fahren und da Pause machen überall dieser Stau so, hier bei TNT werden wir jetzt rein fahren, da werden wir jetzt unsere Pause machen so, Basti geflogen überall diese Staus, hier ziemlich platz drinnen kommen uns nicht stellen ja gerade eben von ancona bis zu griechenland bin ich jetzt geworden ja ich hatte so einen parkplatz noch ja da musst du mal mit dem zug fahren da musst du auf dem eisenbauer früher gab es ja auch noch ein flugzeug da kannst du mit dem flugzeug reisen ja das hat sich aber irgendwie ein bisschen geschnitten mit der mitten mit den schiffen und so deswegen haben sie das dann sein lassen hat sich nicht so vertragen boah steht denn hier drauf ey ein u-boot oder was so wir sind auch ziemlich lang werden wir mal sehen wo wir uns hier reindrücken am besten hätten wir da stark versteht es steht ein eisenbahnwagon auf dem schwerlast das ist ein eisenbahnwagon oder hier neben dem kühler das kann man machen in der parkverwürdigkeit und dort mit der lüste nützt doch nicht so da waren wir uns jetzt mal rein drücken das ist aufpassen dass wir die latan hier hinten nicht umfahren wisst du was ist das probleme ich fahre ja hier mit dem lenkrad ne ja das hat ja ein force drin also hier vibrationen ja genau neben dem lenkrad ist die maus ne mit der du die sichtballen darfst wenn du auf dem streiten fahre ne und das vibriert so schön tun sie jedes mal die sichtballen darf das ist zum gotten der längste so besorger ey so ich bin angekommen hier bei ja was war es tnt haben wir noch einen stellplatz gekriegt für die nacht und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten port wieder äh ich unter horsti ihr auf große reise und ja vielen dank weil es euch gefallen hat lasst doch ein like da ein abo oder einen schönen commi und das natürlich auch bei horsti tschüss 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 Vielen Dank.